Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Online-Gäste, wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung im Namen des NS-Dokumentationszentrums. Mein Name ist Paul Moritz Rabe. Ich leite das wissenschaftliche Team am NS-Dokumentationszentrum. Und meine Kollegin Juliane Bischof ist seit vergangenem Jahr als Kuratorin bei uns am Haus für den Bereich Ausstellung und digitale Vermittlung fest am Haus und zuvor bereits im Rahmen des Ausstellungsprojekts Tell Me About Yesterday Tomorrow, das sie bei uns umgesetzt hat. Gemeinsam arbeiten wir derzeit an der Realisierung eines zweiten Standortes des Doku-Zentrums, der in den nächsten Jahren entstehen wird, auf dem Gelände des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers in München-Neu-Aubing. Und das Thema, das wir im Rahmen der heutigen Podiumsdiskussion beleuchten wollen, betrifft daher zum einen unser gemeinsames Arbeitsfeld, aber natürlich auch das des Dokumentationszentrums im Gesamten. Es geht um die Frage, welche besonderen Funktionen, welche potenziale Chancen, aber auch Herausforderungen künstlerische Interventionen an historischen Orten haben können. Genau genommen geht es natürlich um historisch bedeutende Orte, denn historisch ist natürlich eigentlich jeder Ort. Und für uns beim NS-Dokumentationszentrum bedeutet, historisch bedeuten natürlich oft dann solche Orte, die im Zusammenhang mit der NS-Geschichte stehen. Diese Fragen möchten wir gleich mit unseren drei Gästen diskutieren. Christiane Huber, die Künstlerin Christiane Huber, den Künstler Franz Wanner und Leon Kajane, die wir schon jetzt herzlich begrüßen möchten, die wir im Anschluss noch etwas genauer vorstellen werden. Und gerne würden wir dieses Thema dann auch mit Ihnen diskutieren. Sie haben die Möglichkeit, uns über den Live-Chat auf YouTube anzuschreiben, aber gerne auch per Mail Fragen zu stellen unter veranstaltungen.nsdoku.atmünchen.de. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie von dieser Möglichkeit auch rege Gebrauch machen, um ja in diesen digitalen Zeiten dann vielleicht doch irgendeine Form von Interaktion herzustellen. Also bitte keine Scheu und versuchen Sie, uns Fragen zu stellen. Wir werden dann versuchen, diese auch in unser Gespräch mit aufzunehmen, insbesondere dann im letzten Drittel des Gesprächs. Bevor wir in die Diskussion einsteigen möchten, Juliane und ich zuvor aber noch zwei Kontexte kurz skizzieren, in denen diese Veranstaltung für uns steht. Es ist zum einen die Entstehung des Erinnerungsortes Neuaubing, den ich gerade schon erwähnt habe. Zum anderen aber auch unsere aktuelle Wechselausstellung von und über Heimrat Becker. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, Paul, für die Begrüßung. Ja, die heutige Veranstaltung, die Diskussion findet statt im Rahmen der Ausstellung von Heimrat Becker mit dem Titel Es kann sein, dass man uns nicht töten wird und uns erlauben wird zu leben. Die Ausstellung ist bereits seit November im NS-Dokumentationszentrum München aufgebaut, aber konnte noch nicht eröffnet werden. Deshalb möchte ich kurz eine kleine Einführung geben, weil natürlich da auch viele Fragen auftauchen, die für die heutige Diskussion für uns interessant sind. Die Ausstellung von Heimrat Becker präsentiert neben Fundstücken, Textarbeiten und Skizzen eine Auswahl seiner fotografischen Werke, Die zwischen 1968 und 1993 auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen und dem Konzentrationslager Gußen in Österreich gestanden sind. Mit seiner Kamera begab sich Becker immer und immer wieder auf die Suche nach materiellen Spuren der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, Zum Teil lange bevor eine öffentliche Auseinandersetzung stattfand. Er dokumentierte, wie die Orte der Gewalt über die Zeit transformiert, vergessen oder auch umgenutzt wurden. Heimrat Becker ist vor allem als Schriftsteller und Verleger bekannt und gilt als ein wichtiger Vertreter der konkreten Poesie. Er wurde 1925 in Wien geboren. Als 18-Jähriger trat er der NSDAP bei. Aufgrund seiner Erkrankung musste er keinen aktiven Wehrdienst leisten. 1946 wird er zu Aufräumarbeiten auf das Gelände des Konzentrationslagers Mauthausen herangezogen und machte fortan die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sowie die kritische Reflexion seiner Teilhabe als Jugendlicher zum Fokus seiner künstlerischen Arbeit. In seinem schriftstellerischen Projekt Nachschrift und Nachschrift 2 entwickelte Becker ein Verfahren der dokumentarischen Dichtung, um mit literarischen Mitteln, also durch Zitation, durch Montage und Konkretion, wie er es nannte, zur Erkenntnisarbeit im Hinblick auf die Genese und die Struktur des Holocaust beizutragen. Durch die Zusammenstellung von Fragmenten aus genau dokumentierten Quellen der NS-Zeit wird dabei die Sprache als Abbild von Gewaltverhältnissen lesbar. Die Analyse von nationalsozialistischen Relikten in der Sprache einerseits, sowie die materielle Spurensuche am historischen Ort andererseits prägen also Bäckers Arbeit. Er sammelte Fundstücke wie zum Beispiel Zaunfragmente oder Bänke, die dem Verfall preisgegeben waren und hält in unzähligen Fotografien fest, wie sich die Orte der ehemaligen Vernichtungslager verändern. Durch die Rückeroberung der Natur, aber auch durch menschliche Eingriffe. In der Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum präsentierten Fotografien zeigen vor allem brachliegende Gelände und Pflanzen überwuchert oder für gewerbliche und alltägliche Zwecke umgenutzt. Sie werfen Fragen nach Verschwinden, Bewahren sowie kollektiven Erinnern auf und verweisen gerade da auch auf die Leerstellen und Bruchlinien im öffentlichen Berufsverhältnis. Bäcker dokumentierte Momente des Übergangs, in dessen Folge ehemalige vergessene oder auch ignorierte Orte der Verfolgung und der Vernichtung als Gedenkorte wahrgenommen werden und zum ersten Mal dann auch eine zentrale Rolle in der Erinnerungskultur erheben. Ja, und diese Frage nach dem Umgang mit historischen Orten spielt, wie Paul schon erwähnte, eben auch eine Rolle im Dokumentationszentrum München und dort im Kontext des ehemaligen Zwangsarbeiterslagers in München-Neu-Aubing. Auch dieser Ort in Neu-Aubing, also im Westen von München, am äußersten Stadtrand gelegen, war ein Ort der Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten, der sich dann nach 1945 auf verschiedene Art und Weise gewandelt hat, transformiert hat. Und nun steht er vor einer weiteren Transformation, die dann auch entscheidend von uns mitgestaltet wird, nämlich der zu einem öffentlichen Erinnerungsort. Das Lager, das heute noch aus acht Baracken besteht, wurde 1942 von der Reichsbahn errichtet, im Mai 1942 genau genommen zu einem Zeitpunkt, als sich in ganz Deutschland das System der Zwangsarbeit ausdifferenziert und auch professionalisiert hat, weil zu diesem Zeitpunkt klar war, dass es keinen Blitzsieg geben wird und dass die massenhafte Rekrutierung von ausländischen ZwangsarbeiterInnen, ZwangsarbeiterInnen, muss man dazu sagen, Frauen, Männer genauso wie Kinder waren darunter, aus den besetzten Gebieten die einzige Möglichkeit in den Augen des NS-Regimes darstellte, den Weltkrieg dann doch noch weiterzuführen. Insgesamt waren rund 25 Millionen ZwangsarbeiterInnen für das NS-Regime tätig, 13 Millionen davon auf dem Gebiet des damaligen Deutschen Reiches. Allein in München etwa 150.000. Das machte bis zu ein Viertel der gesamten damaligen Stadtbevölkerung aus. Und diese ZwangsarbeiterInnen waren untergebracht in 30.000 Massenunterkünften im ganzen Reich. Und das Lager Neu-Aubing ist, und das ist das Bedeutsame daran, eines der ganz wenigen heute überhaupt noch erhaltenen Lager. Also es sind weniger als zehn, die in Deutschland in dieser Größe noch erhalten sind. Und es ist damit eines der wenigen baulichen Zeugnisse dieses Massenverbrechens. Es überdauerte auch deshalb bis heute oder hat es weitgehend so erhalten wie einst gebaut, weil es verhältnismäßig robust errichtet wurde und eben professionell geplant mit Lagerküche, Waschräumlichkeiten und aus Ziegelstein gebaut und nicht aus Holz. Während der NS-Zeit waren dort in Neu-Aubing vermutlich bis zu 600 ZwangsarbeiterInnen untergebracht, die für das nahegelegene Reichsbahnausbesserungswerk arbeiteten. Eine Dienststelle der Reichsbahn, wo Waggons repariert worden sind. Das war eine kriegswichtige Tätigkeit. Die meisten dieser ZwangsarbeiterInnen waren sogenannte Ostarbeiter, aber auch Polen und italienische Militärinternierte, die dort in dem Lager selbst untergebracht waren. Also vorrangig jene Gruppen von ZwangsarbeiterInnen, die in der Rassenhierarchie der Nationalsozialisten relativ weit unten angesiedelt waren. Es gab auch noch andere Zwangsarbeiter vor Ort, Niederländer, Franzosen, die waren an anderen Stellen untergebracht. Nach dem Krieg wurde dieses Lager dann kurz als Flüchtlingslager genutzt, nachdem es die Alliierten befreit hatten. Und dann sehr bald auch wieder von der Reichsbahn, die dann schnell Bundesbahn hieß, als Lehrlingswohnheim. Und ab den späten 70er Jahren haben sich dann allmählich diverse Nutzungen dort eingenistet. Gewerbetreibende Künstler, Handwerker, auch ein Schrotthändler war mal vor Ort. Und mit diesen Änderungen oder mit diesen Nutzungen veränderte sich der Ort. Die Geschichte wurde vergessen, kann man sagen, bis Mitte der 2000er Jahre, als nebenan in Freiham ein riesiges Neubaugebiet geplant wurde und im Zuge dieser Planungen auch das Gelände des ehemaligen Lagers überplant werden sollte. Schon damals anwesende Nutzer haben uns vor kurzem einmal erzählt, dass in dieser Zeit jede Woche jemand vorbeikam, der dort entweder eine Tankstelle, einen Supermarkt oder ein Ikea öffnen wollte. Und es ist dann auch dank der damaligen Nutzer vor Ort gewissermaßen gelungen, die Geschichte des Geländes wieder ans Tageslicht zu bringen. Es wurde festgestellt, was dieses Lager eben früher war. Es wurde unter Denkmalschutz gestellt und 2015 dann schließlich von der Stadt München erworben. Und wir vom Doku-Zentrum, unter anderem auch Juliane und ich, haben jetzt die spannende Aufgabe vor uns, hier einen Erinnerungsort zu errichten, der auch die aktuellen Nutzungen erhält und mitdenkt. Und dabei werden wir ganz sicher auch auf künstlerische Interventionen zurückgreifen. Und praktischerweise haben unsere drei Gäste bei diesem Projekt auch entweder schon mitgewirkt, wie Christiane Huber, oder werden es in Zukunft auch bald tun. Und Christiane, vielleicht stellst du sie jetzt mal vor. Genau, bevor wir richtig in die Diskussion einsteigen, noch ein paar Worte zu unseren Gästen. Christiane Huber studierte Music and Sound an der Milton Avery Graduate School of the Arts des Barth College in New York. Sie absolvierte außerdem ein Diplomstudium in Psychologie und eine private Schauspielausbildung. Ihre Praxis umfasst unterschiedliche Medien und Formate wie Performance, Sound, Installation, partizipative Methoden oder auch Dokumentarsinn. Und dabei untersucht sie soziale Praktiken wie auch gesellschaftspolitische Narrative. In aktuellen Arbeiten thematisiert sie insbesondere auch Lücken und Auslassungen in den Erzählungen derselben. Dann ist Leon Kahane zu Gast. Er ist Künstler und studiert in Berlin, Hongkong und Tel Aviv. Er schafft konzeptuelle Videoarbeiten, Fotografien und Installationen. Fokus seines Interesses sind häufig geopolitische und soziale Veränderungen der jüngeren Vergangenheit. Und immer wieder lenkt er die Aufmerksamkeit auf Ereignisse und Institutionen, in denen der Geschichte innewohnende Widersprüche zum Ausdruck kommen. Seine Arbeiten spiegeln historische, politische, ökonomische wie auch biografische Aspekte wieder. Leon Kahane ist außerdem Mitbegründer des Forums Demokratische Kultur und Zeitlinie für Kunst, das 2018 als Kooperation der Amateo Antonio Stiftung und der Forschungsgruppe Modellprojekt entstanden ist und sich mit der Bedeutung kultureller Diskurse für eine offene Gesellschaft beschäftigt und dafür öffentliche Diskursformate veranstaltet, Debattenbeiträge publiziert und sie beraten auch Kunst- und Kultureinrichtungen. Und dann ist Franz Wanner in unserer Runde, der seit 2000 unter dem Pseudonym Franz Wanner arbeitet. Seine Arbeiten liegen oftmals umfangreich der Recherchen zugrunde, die er mit Mitteln der Aneignung, der Imitation und der Verschlemmung innerhalb verschiedener Medien, wie Film, Fotografie, Inszenierung oder auch partizipative Formate weiterverarbeitet. Seine Arbeiten ziehen Techniken der Legitimation von Macht ins Zweifel und stellen oft auch lokale Wirklichkeiten in globale Zusammenhänge. Er lebt und arbeitet in den Medien. Damit würde ich... In aller Euren... Ja, danke, genau. In aller Euren Arbeiten verhandelt ihr ja Themen des Hinsehens und Wegsehens, auch die Geschichte des Nationalsozialismus. Es geht oft auch um aktives Verdrängen, um Lücken im kollektiven Gedächtnis. Wir würden jetzt vielleicht am Anfang gerne mit euch anhand von ein paar konkreten Projekten auch besprechen, wie diese spezifische Auseinandersetzung vielleicht auch aussieht, wo es Gemeinsamkeiten gibt, wo es auch Unterschiede gibt und deswegen ein paar Projekte beschreiben, weil unsere Zuseher die vielleicht auch noch nicht alle kennen und weil sie aber in jedem Fall sehr sehenswert sind. Vielleicht fangen wir mit Christiane dir an. Wir haben uns im Rahmen eines Projekts kennengelernt von dir, das hieß Ein Dorf Philosophiert. Und du hast mich damals auf eine Podiumsdiskussion eingeladen, zwei Stunden von München entfernt nach Oberbayern, in einem Bereich, wo ich kein Handyempfang hatte und war aber ganz erstaunt, dass es dir gelungen ist, kurz nach der Kirche am Sonntagmorgen um elf eine komplette Turnhalle zu füllen und bei Weißwurstfrühstück eine Diskussion über Zwangsarbeit angestoßen hast, die, das klingt jetzt so banal und irgendwie auch despektierlich, das soll es gar nicht sein, denn tatsächlich fand ich es sehr beeindruckend, wie es dir gelungen ist, über die Wochen und Monate davor eine, ja nicht nur eine Dorfgemeinschaft, sondern genau genommen die Gemeinschaft von drei zusammenhängenden Dörfern zu motivieren, sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Und ein besonderer Teil dieser Geschichte war auch die Geschichte der NS-Zwangsarbeit, die eben auch, ja gerade in der Landwirtschaft und im ländlichen Raum, nicht nur in der Stadt München, sondern auch im ländlichen Raum sehr präsent war. Ja, vielleicht erzählst du mal, was dir bei dem Projekt wichtig war und wie du auch darauf gekommen bist. Also grundsätzlich, ich komme selber aus diesem bäuerlich-ländlichen Kontext, also ich komme aus einem dieser drei Dörfer und halte das mittlerweile auch wirklich für, lebe da aber seit 25 Jahren nicht mehr und halte es aber mittlerweile wichtig, auch dort was zu machen und auch diese, also gerade für politisch auch wichtig, in dieser Gegend auch was zu tun, also nicht nur in München, sondern auch eben auf dem Land. Und da war es aber wirklich jetzt, ausgegangen bin ich eigentlich von einer sehr persönlichen Recherche, weil ich auf diesem Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin, so ein Einsiedlerhof, irgendwann meinen Vater gefragt habe, was ist denn in dieser Stube alles passiert, in diesem Hof, der so über Generationen weitergegeben wurde. Und dann hat er eben gesagt, ja, da lag dieser tote Zwangsarbeiter, dieser tote Pole auf dem Boden der Stube und hat dann angefangen, diese Geschichte zu erzählen. Und damit habe ich mich dann irgendwie vor allen Dingen dann so ab 2015 bis 2018 eingehend mit dem Thema Zwangsarbeit in dieser Gegend beschäftigt, also vor allen Dingen Zwangsarbeit in der Landwirtschaft. Und dann bin ich halt auch so, eigentlich so, eben auch so Lücken in der Erzählung dieses Dorfes so gestoßen, wo man einfach nicht mehr drüber redet, dass eben alle wussten, also gerade die Älteren wussten, wer um diese Geschichte von diesem toten, getöteten Zwangsarbeiter, und der dann, genau, also es ist eine längere Geschichte und in dieser Recherche gab es dann noch einen zweiten Erzählstrang, wo ich dann eben draufgekommen bin, dass in der Nachbargemeinde es eben eine dieser sogenannten Ausländer-Kinderpflegestätten gab, wo dann eben, da bin ich zur Schule gegangen, Grundschule, wo dann eben eine, also die Babys von ZwangsarbeiterInnen getötet wurden. Also 159 Babys im Jahr zwischen 1944 bis 1945. Und das war halt eine Geschichte, die wir nicht wussten, sondern ich bin halt mit 15 in der Keltenhalle Schwitzschuh gefahren, in der Eisdisco. Und das war genau der Ort, wo damals diese Ausländer-Kinderpflegestätte war. Und dann habe ich diese ganzen Bezüge recherchiert und dazu eine Projektwoche gemacht, auf die ich dich dann eingeladen habe. Und weil ich dich in Neuauwin getroffen habe bei einer Ortsbegehung und eben so langsam sich das so entsponnen hat, die Recherche. Und diese, also die Arbeit dort im Dorf hat ziemlich viel Zeit gebraucht. Auch ich dachte am Anfang, ich mache da eine Woche, ein Dorf philosophiert, wir gehen da rein und dann trommeln wir alle zusammen, die Leute beschäftigen sich mit dem Thema. Und irgendwann war dann klar, am Anfang war ich erst mal beim Gemeinderat, bei einem der Gemeinderäte und die saßen mir erst mal mit verschränkten Händen gegenüber und haben gesagt, was soll das, partizipativ, projektorientiert, was kommt da raus. Und dann haben wir halt, dann bin ich langsam mit Zeitzeugen vor Ort ins Gespräch, also mit noch ganz alten Bauern und Bäuerinnen. Und das, und habe mir vor allen Dingen auch vor Ort einen Kooperationspartner gesucht, der das Projekt unterstützt hat, der noch aus, also der quasi noch vor Ort war, der geschätzt war, der Martin Winkelbauer. Und darüber hat sich das dann so langsam entsponnen und auch die Formate entwickelt. Also ich wusste am Anfang wirklich nicht, was wir in dieser Woche machen. Und am Ende gab es ein Filmscreening, ein Glockenprojekt mit den alten Hausglocken, einen Vortrag, weil das war ganz wichtig, die Leute wollten einen Vortrag hören, ein Büchlein, das wollten die Leute auch haben. Hier ist das Büchlein. Ja genau, also das war irgendwie, kam auch von den Leuten noch der Wunsch, es muss ein Büchlein geben. Aber schon ein bisschen künstlerisch auch, gell? Ja ja, wir wollten. Darunter steht's. Wir wollten halt, dass es irgendwie, was ist zum Anfassen? Und wir haben es selber noch gebunden. Genau, ich hatte dann ein Team von Leuten. Und ja genau, und dann am Ende haben wir sogar ein Filmscreening gemacht an diesem Tatort, wo dieser polnische Zwangsarbeiter eben ums Leben gekommen ist und wahrscheinlich von einer Bürgerwehr getötet wurde. Kurz nach Ende des Krieges gab es eben damals dann eben Überfälle im Dorf, wo eben ehemalige Zwangsarbeiter von den DP-Lagern aus dann auch, wahrscheinlich aus, weil sie auch kein Essen hatten, dann wieder auf diese Höfe gefahren sind, sich Essen geholt haben. Und das war dann wirklich so diese ganze, es kann man so, genau, es ist ein zweiter, also so ein ganzer Themenstrang, den ich recherchiert habe. Aber genau, also an diesem Tatort, wo dieser Mann umgebracht worden ist, habe ich dann ein Filmscreening gemacht und da kamen wirklich sehr, sehr viele Leute. Das hat die Leute, jeder wusste, was da passiert ist, niemand hat drüber gesprochen, aber wir hatten dann ganz schnell das Haus voll und mussten noch eine zweite Leinwand vor der Tür aufstellen. Vielleicht können wir noch ein Bild anschauen, bevor wir zu den Kollegen weitergehen und möglicherweise noch eine Frage, darf ich noch eine Nachfrage stellen? Also was ich besonders fand an dem Projekt, war auch, dass man redet ja immer in der Erinnerungskultur und ja auch ihr setzt euch viel mit kollektivem Gedächtnis auseinander. Und ich hatte so den Eindruck, dass das kollektive Gedächtnis in so einer Dorfstruktur auch nochmal etwas anderes ist oder vielleicht auch viel klarer, greifbarer ist als in Großstädten. Oder wie hast du das wahrgenommen? Also es gibt da wirklich sozusagen ein einheitliches kollektives Gedächtnis. Ja, es gab halt so eine Geschichte, es gab auch so, es gab schon so eine Erzählung, die dann irgendwie, es wurde dann irgendwann als Heldenerzählung erzählt. Also auch so diese, als dann, also dieses Dorf wurde dann, da gab es tatsächlich viele Überfälle nach Ende des Krieges, weil das Dorf auch sind lauter Einsiedlerhöfe und man konnte da, man konnte da leichter einbrechen, ohne dass die Nachbarn das gemerkt haben. Also man hatte schon recht schnell eine gemeinsame Erzählung und die wurde auch so fortgeführt, also auch heute noch. Das hat mich am meisten eigentlich auch in Rage gebracht, dass man immer noch so im Kopf hatte, das musste ja so sein, weil genau, es gab ja diese Gewalt auf beiden Seiten und von dem her war das, das hat mich eigentlich immer so beschäftigt, dass man, dass man, dass die Erzählung bleibt und manche Details, Inhalte hat man dann erst erzählt, immer wenn ich wieder zur Tür draußen war. Genau, das wurde mir dann über, also wenn wir Interviews gemacht haben, dann wurden Details oft danach noch erzählt. Ja. Es gibt einen Sound bei mir im Hintergrund, ich weiß nicht, ob das stört euch, das stört. Wie das Telefon klingt? Ja, bei der Nachbarin. Keine Zuschauerfrage, ich glaube. Nein. Deine Telefon war nicht raus. Ich würde ganz gerne überleiten zu einem Projekt von Leon Kahane, das wir im Kontext der Ausstellung Tell me about yesterday, tomorrow, wie Paul Eingang schon erwähnt hat, an dem wir gemeinsam gearbeitet haben mit dem Titel Pidgey Poi. Da geht es auch um die Auseinandersetzung mit einem Ort und auch mit einem familiengeschichtlichen Bezug zu diesem Ort. Und ganz anders als bei Christianes Projekt gibt es da aber verschiedene Perspektiven auf Erinnerungen. Leon, würdest du das Projekt ein bisschen erläutern für uns? Du müsstest dich noch laut schalten. Pardon, ich habe das nicht gesehen. Ja, Pidgey Poi, das Projekt Pidgey Poi ist vielleicht erst mal zum Titel der Arbeit. Das ist ein Begriff, der hat sich entwickelt unter den Gefangenen des Sammellagers Drancy bei Paris. Das war das größte Sammellager in Frankreich. Von dort wurden, genau, man sieht hier auf dem Bild jetzt die Fassade, die Außenfassade des Gebäudes. Von dort wurden die Leute nach Auschwitz transportiert aus Frankreich. Pidgey Poi ist ein Begriff, den haben, das ist ein imaginierter Begriff für Auschwitz. Leute wussten nicht, wo sie hinkommen und haben gesagt, wir kommen nach Pidgey Poi. Das ist sozusagen der Name für einen Ort gewesen, den sie nicht kannten und wo auch nicht ganz klar war, was passieren würde, aber der Verdacht, dass es dort dann den Tod geht, der natürlich nahe. Genau, also das Drancy ist ein Vorort von Paris und dieses Gebäude in Drancy, in dem dieses Sammellager eingerichtet wurde, war eine modernistische Wohnanlage, die erste ihrer Art, ich glaube, in ganz Europa, mit Wohnhochhäusern. Der Ingenieur war Jean Prouvé, also den kennt man eigentlich aus der, ich würde sagen, aus der Designgeschichte der Moderne und das war im Prinzip eine modernistische Wohnanlage, also hier wurde quasi schon ein Wohnprojekt geplant mit allem drum und dran, Geschäften, Kinos, nehme ich mal an. Bevor das fertig gebaut wurde, also 1932, war glaube ich Baubeginn, wenn ich es noch richtig zusammenbekomme und ich glaube 1941 wurde es dann umfunktioniert, noch vor der Fertigstellung erst mal in ein Gefängnis durch die Vichy-Regierung und dann zu einem Sammellager, vor allem vorrangig für die französischen Jüdinnen und Juden und der biografische Bezug stellt sich darüber her, dass meine Großmutter dort interniert wurde und als eine der wenigen auch befreit wurde am 18. August 1944. Genau, also sie hat es überlegt. An dem Ort gibt es zwei Gedenkstätten, das sehen wir jetzt hier, ich kommentiere jetzt einfach anhand der Bilder so ein bisschen, ich kann mir das nochmal kurz einspielen, das Bild, was da gerade war. Genau, das ist im Prinzip dieses Verspiegelte hier im Hintergrund, das ist die Fassade des Memorial de la Shoah in Paris, also das ist angebunden an das Memorial de la Shoah in Paris, das ist ein Neubau, ein Erinnerungszentrum mit Bibliothek und Archiv und da kommt dann auch mal der Macron und so, also das ist sozusagen ein offizieller wichtiger Ort und der ist auf der anderen Straßenseite gegenüber dieser Wohnanlage, dieses Gebäudes und in diesem Gebäude selbst gibt es aber noch einen kleinen Erinnerungsort, der von einigen Überlebenden und Nachfahren von Überlebenden betrieben wird und die dort auch ein ganz eigenes Programm machen und das ist eigentlich sehr interessant, weil das quasi so eine Art von Gleichzeitigkeit an einem Ort gibt zwischen dem offiziellen, der offiziellen Erinnerung, die gebunden ist quasi an die französische Erinnerungskultur, würde ich jetzt mal sagen und das andere ist eben eigentlich ein privater Ort, die arbeiten auch mit Schulen zusammen und bekommen auch sozusagen Öffentlichkeit durchaus aber er ist sehr viel intimer und er erzählt nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive und die beiden Orte haben für sich sozusagen eine Berechtigung, würde ich sagen. Ich finde es auch beides wichtig, also ich bin kein Fan davon, die Erinnerungskultur auch in Deutschland, man bekommt es oft mit, so abzutun als eine Art von Ritual, weil gerade was die Erinnerungskultur angeht, braucht es auch, denke ich, Rituale, um das irgendwie auch sozusagen am Leben zu halten und in sich auch zu kultivieren. Genau, und das andere ist eben dieser kleine Ort und in der Arbeit selbst habe ich ein bisschen die Normalität, die dort inzwischen wieder herrscht, gefilmt, also dieses Wohnprojekt, diese ist weitestgehend zerstört worden, die Wohnhochhäuser gibt es nicht mehr, es gibt eigentlich nur noch den Teil, der auch als Sammellager gedient hat und das Ganze ist so in Form eines U's. Wir sehen hier wiederum in der Fassade dieses verspiegelten Memorial de la Shoah, sehen wir, wie sich die Fassade spiegelt von dem ehemaligen Sammellager. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Gebäude und inzwischen ist das, wohnen dort vor allem Leute mit einer Einwanderungsgeschichte, das ist, Drancy gilt, würde ich sagen, als ein Banlieue quasi, es ist ein Banlieue, entsprechend ist auch die Demografie dort und das macht es auch so ein bisschen schwer, glaube ich, das Erinnern, weil viele Leute sich auch von der Geschichte natürlich nicht besonders angesprochen fühlen, weil es nicht, keine direkte Verbindung gibt in ihren eigenen Biografien und das ist natürlich so ein bisschen eine Herausforderung, wie bindet man die Leute ein und das sind alles Aspekte, die für mich dann eine große Rolle spielen und genau in dieser Videoarbeit gibt es, sieht man, also ich laufe mit einem dieser Überlebenden, Lucien, Tina, der durch dieses U, der macht mit mir sozusagen seine Runde, die er dort immer so, da ist Lucien, genau, ganz großartiger junger Mann, der mir dort, also das irgendwie sehr lebhaft und rührend präsentiert hat, im Hintergrund sehen wir diese Gänge da und diese sehr typische Fassade, genau und der hat mir die Geschichte erzählt, der erzählt mir diese Geschichte von Francie, das ist im Prinzip auch so ein bisschen die Tour, die er so für Schülerinnen und Schüler macht und auf einem zweiten Bildschirm sieht man dann ein bisschen das tägliche Leben, die neue Normalität in, ja genau, da sieht man quasi immer, wie ich durch diese Gänge laufe und unten immer so kleine Diptychen von den Menschen, wie sie dort leben und so. Ja, das ist im Prinzip erstmal als Beschreibung der Arbeit, für mich war das deshalb, ich habe das deshalb gewählt, weil im NS-Dokumentationszentrum in München ja auch eine sehr spezielle Perspektive präsentiert wird, nämlich im Prinzip die, ein bisschen die Geschichte der NSDAP irgendwie erzählt wird in München und mir war es einfach, für mich persönlich war es einfach sehr wichtig, nochmal quasi in diesen, in dieses Dokumentationszentrum nochmal quasi so einen anderen Art, anderen Aspekt von Erinnern reinzubringen nämlich diesen Erinnerungsort, der nochmal anders funktioniert, der eine andere Geschichte erzählt, die ganz woanders stattfindet, aber eben doch daran gebunden ist. Genau, das ist sozusagen für mich eine sehr persönliche Arbeit gewesen und dazu gehörte noch, dass ich eine Zeile, also meine Großmutter war Zeichnerin und sie hat Kinder gezeichnet, die in Drancy, von 1944 hier, also der letzte Transport aus Drancy waren im Wesentlichen Kinder, 1944, kurz vor der Befreiung des Lagers, sind nochmal eine ganze Wagenladung, das klingt jetzt schrecklich, aber Kinder nach Auschwitz deportiert worden, sie hat diese Kinder gezeichnet, für sie war das natürlich unerträglich, das zu beobachten und dann auch zu überleben, das macht natürlich auch unheimlich viel mit ein, und der dritte Teil der Arbeit, wir haben es schon mal kurz gesehen, ich habe die gesamte Ausstellung, alle Ausstellungstafeln, dieses kleinen Ausstellungsraums abdokumentiert, abfotografiert und diese Tafeln quasi ausbelichtet, ausgeprintet als große Drucke und die dann sozusagen nochmal ins Dokumentationszentrum in München gehängt. Also ich habe im Prinzip eine quasi Reproduktion der Tafel, diese Ausstellungstafel im NS-Dokumentationszentrum in München nochmal gezeigt. Die Tafeln haben verschiedene Themen, ich finde die auch irgendwie unheimlich toll gemacht und diese ist hier also La Résistance Vise en Midlée. Meine Großmutter, mein Großvater haben sich auch in der französischen Résistance kennengelernt, deshalb war mir das irgendwie wichtig, diese spezielle Tafel nochmal zu zeigen. Es gibt aber zum Beispiel auch eine Tafel über französische Soldaten aus den ehemaligen Kolonien, die die Deutschen gekämpft haben. Also es ist auch wahnsinnig interessant. Und genau, also das ist so ein bisschen die Arbeit. Das ist eine sehr dokumentarische Arbeit natürlich und die ist sozusagen in der auch relativ vorsichtig, sage ich mal. Aber hier war es mir einfach wichtig, möglichst viele Elemente einer solchen Erzählung und vielleicht auch einer Gleichzeitigkeit von Erinnern und nebeneinander zu stellen. Also es ist ja ein bisschen wie so eine Dreiecksgeschichte. Man hat diese beiden Erinnerungsorte, das offizielle Memorial de la Shoah, dann diesen kleinen Ort hier und dann eben sozusagen das NS-Dokumentationszentrum in Deutschland, was vor allem den Blick eben auf die Täter richtet. Und genau, und so habe ich da versucht, ein bisschen quasi eine sogenannte ortsspezifische Arbeit in NS-Dokumentationszentrum zu entwickeln. Ja, es ist natürlich eine sehr spannende Arbeit, weil sie auch so viele Dimensionen aufmacht, wie du sagst, weil sie natürlich Formen des Erinnerns anspricht, also auch die Frage, wie erinnern wir, dessen Perspektiven sind Teil der Erinnerungskultur, natürlich aber auch die Gleichzeitigkeit von Vergangenen und Gegenwart. Und natürlich der historische Ort, oder wie Paulus eingangs gesagt hat, der historisch bedeutsame Ort immer auch ein Ort der Gegenwart ist. Und ja, mit den Transformationen oder der Gleichzeitigkeit der Gegenwart an solchen Orten hat sich auch Franz Wanner beschäftigt, konkret in einem Projekt in München, Otto Brunn. Vielleicht können wir darüber noch ein bisschen mehr erfahren. Du bist auch noch aufs Sturm geschüttet. Der alte Trick. Es geht um den Ort, der mittlerweile Ludwig-Bölko-Campus genannt wird und im Süden von München sich befindet. Ich bin auf diesen Ort gestoßen im Rahmen einer Recherche, die gar nicht die NS-Zeit im Fokus hatte, sondern es ging um gegenwärtige deutsche Rüstungsproduktion und Exporte. Und vielleicht das Bild davor würde sich noch mehr eignen. Warte mal. Es hat die Nummer fünf. Eine breite Recherche zu Militarisierungstendenzen, zu Rüstungsproduktion, zur Involvierung deutscher Hochschulen in Rüstungszusammenhänge hat dazu geführt, dass eine parlamentarische Anfrage evoziert wurde durch eine Installation mit dem Titel Dual Use, in der es also gar nicht um NS-Geschichte ging. Und das hat mich dann auf diesen Ort gebracht, der eben im Süden Münchens liegt und 2012 gegründet wurde als Innovationscampus unter Beteiligung einiger Hochschulen, einiger Rüstungsfirmen. Also ein seltsames Konglomerat, das sich da gebildet hat aus Rüstung und Bildung sozusagen. Und das hat mich bewogen, mir den Ort näher anzusehen. Jetzt kann ich nicht genau erkennen, ob das Bild schon zu sehen ist. Ja, genau, doch. Ich bin da hingefahren und habe zunächst fotografiert und dieses Bild war eine Art Schlüsselmotiv, das ich gefunden habe. Was man auf der rechten Seite sehen kann, sind Mauerreste eines ehemaligen Zwangsarbeitslagers aus der NS-Zeit. Dieses wurde eingerichtet, um die sogenannte Luftfahrtforschungsanstalt mit Zwangsarbeit zu unterstützen sozusagen. Also Zwangsarbeiter wurden verdingt und ausgebeutet, um diese Luftfahrtforschungsanstalt aufzubauen. Ein ähnlicher Ort der Rüstungsproduktion wie in Peenemünde. Es gab auch Verbindungen nach Peenemünde. Diese Luftfahrtforschungsanstalt pausierte dann kurzzeitig nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Ort wurde aber dann weiter genutzt. Zunächst von der Ludwig Bölko KG oder Bölko KG, wie sie hieß. Also Ludwig Bölko war ein NS-Ingenieur, der auch an den sogenannten Wunderwaffen an einer davon oder zwei davon mitgearbeitet hat, die im NS-Sjangon so genannt wurden. Also ein maßgeblicher Ingenieur, nicht jemand, der irgendwie wo steht und schraubt, sondern ein Hauptkonstrukteur sozusagen. Dann hat sich da diese Erfolgsgeschichte entsponnen, die man auch so kennt. Also MBB, EADS, mittlerweile eben Airbus. Und 2013 erfolgte dann diese Umbenennung in Ludwig Bölko Campus. Man hat also im Jahr 2013 einen NS-Ingenieur gewählt zur Namensgebung für diesen Campus. Und was mich an diesem Bild hier frappiert hat, war eben, dass aus einer Perspektive beide Zeiten zu sehen sind. Und die Zwangsarbeit, auf der dieses ganze Gelände dort basiert sozusagen, ist noch vorhanden in Form von Fundamenten und auch begehbaren Räumen. Also auch dort gibt es erhaltene Räume eines Zwangsarbeitslagers aus der NS-Zeit. Das ist aber anders, als in Neu-Aubing dem Verfall preisgegeben wird. Und gleichzeitig sieht man hier hinten den Ludwig-Bölko-Campus. Hier sieht man das Schild der Firma Airbus. Auch andere Firmen sind dort, Siemens zum Beispiel und die Firma IABG und weitere. Außerdem die TU München, die Technische Universität München, die Hochschule München und auch die Universität der Bundeswehr. Ich habe dann verschiedene Medien verwendet, um mich diesem Ort näher, um diesem Ort näher zu kommen und zu begreifen, was da passiert. Zunächst mal, und da könnte man vielleicht diese Installation zeigen. Bild Nummer 6 wäre es. Zunächst mal habe ich einen Film gedreht, der verschiedene Aspekte beinhaltet und diese Schichtungen, die mich fasziniert haben an diesem Ort, zeigt also praktisch eine ungebrochene, beinahe ungebrochene Geschichte aus der NS-Zeit, von NS-Rüstungsproduktion bis zu gegenwärtiger Rüstungsproduktion, die nur kurzzeitig unterbrochen ist durch ein paar Jahre, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre und dort eigentlich weiterhin militärisch produziert wird, ohne aber diese Geschichte zum Vorschein kommen zu lassen. Also die Geschichte wird ausgelagert, auch ganz bewusst und offensiv ausgelagert. Der Ludwig-Bölko-Komplex, den ich jetzt so nenne, hat dieses Gelände des ehemaligen Zwangsarbeitslagers 2013 entäußert an einem privaten Käufer. Es gibt also jetzt einen neuen Besitzer, der mit kleinen Baugeräten diese Dokumente entfernt, einfach um das Gelände kommerziell besser für sich nutzen zu können. Unter Einbindung auch sozusagen oder im Wissen der Denkmalschutzbehörden, die ich versucht habe einzubinden, die damit aber eigentlich nichts anzufangen wussten. Ich stand noch im Austausch und habe versucht, das irgendwie so zu verhandeln und die Wichtigkeit dieses Orts, es ging ja um historische, bedeutende historische Orte, ich dachte, das könnte einer sein, auch in die behördliche Rahmung zu überführen sozusagen und in die Archive zu bringen und so. Und da gab es noch einen Austausch über eineinhalb, zwei Jahre, bis dann dieser Ort, dieser Ludwig-Bölko-Campus, ein Standort des bayerischen Luft- und Raumfahrtprogramms Bavaria One wurde. Und dann wahrscheinlich es vielleicht gar nicht unerwünscht war, dass diese Fundamente auf so eine Art entfernt werden. also praktisch eine Art Entsorgung der NS-Geschichte an den Einzelnen, der damit natürlich nicht umgehen kann. Der behauptet auch, das war kein Lager, das waren Wohnanlagen, die er jetzt rausreißt, weil ihn die stören. Und es gibt jetzt also diesen Film, der nennt sich From Camp to Campus, also von diesem Lager bis zu dem sogenannten Campus, an dem man auf dem Gelände der Rüstungsfirma jetzt studieren kann. Ich hatte mich da auch mal beworben unter einem anderen Namen, um zu sehen, wie man da so einen Einstieg findet oder welcher Umgang dort gepflegt wird. Und? Wurdest du abgelehnt? Ja, das war noch zu einem Zeitpunkt, als die Studiengänge dort Behauptung waren, also eine relativ großspurige Behauptung, internationale, also Masterstudiengänge von internationalem Ruf, obwohl es noch gar nicht begonnen hatte. und ich habe dann eigentlich so herausgefunden zu der Zeit, dass die Studiengänge noch nicht existieren, sozusagen, bis auf einen Bachelorstudiengang für Kampfpilotinnen, der schon eingerichtet war. Und ich wollte deshalb immer dann... Du wolltest einen richtigen Masterstudiengang machen. Ich wollte gleich einen Master, Master of Autonomous Systems, bei der, für den ich mich also unter einem anderen Namen da beworben habe, einfach, um von verschiedenen Seiten mich dem anzunähern. Dieser Film beinhaltet verschiedene mediale Ebenen. Es kommen auch Zeichnungen vor eines ehemalig dort Inhaftierten, die den Widerstandskämpfer Håkon Serbi aus Norwegen zeigen, wie er dort misshandelt wurde. Und... Worum, Franz, vielleicht, wenn ich kurz einhaken darf? Also, ja gut, vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der mir wichtig war. Ich war dort relativ lange Zeit auch so einer Art verhärteter Struktur ausgesetzt. Also, die Behörden, die Denkmalschutzbehörden haben nicht sich transparent verhalten oder offen verhalten. Es gab zwar eine Bestätigung, dass es sich um Bodendenkmäler handeln könnte. Also, immerhin haben die das mal so konstatiert, dass das, dass sie das eigentlich so einschätzen. Es ist aber nichts weiter passiert, außer die Entfernung sozusagen. Genau dieses Bild Nummer 8 wäre da interessant. Ich habe dann eine Ortsanalyse gemacht unter Beteiligung von Interessierten, einfach auch um ein Interesse für diesen Ort zu entwickeln, der nicht nur meinem entspricht, sondern andere einzubinden. Also, ein Kollektiv zu bilden, das sich für diesen Ort interessiert sozusagen. Das Bild vorher wäre da noch aussagekräftiger. Hier sieht man die Kellerräume, die Erhaltenen. Hier sieht man, wie ich mit ein paar Leuten dort unterwegs bin und den Ort genauer fotografisch, zeichnerisch und anders kartografisch festhalte sozusagen und wir so eine Ortsanalyse dort unternehmen. Im Vorgespräch hast du uns erzählt, dass du bei dieser Gelegenheit beinahe von einem Bagger überfahren würdest. Ja, nee, das ist übertrieben. Also, man muss sich so vorstellen, dieses erste Bild, das wir gesehen haben, diese Mauer und dieses Airbus-Schild, das wurde aufgenommen, als dort eben dieser neue Besitzer zusammen mit anderen Waldarbeiterbekannten versucht hat, diese Fundamente rauszureißen. Die haben so kleinere Baugeräte, sind auch jetzt nicht super ausgerüstet, deswegen kratzen die da so nach und nach rum und reißen diese Fundamente raus und war natürlich nicht einverstanden, dass ich dort Fotos mache, obwohl das ein öffentliches Waldstück ist, das öffentlich zugänglich ist. Da sind auch Jogger und Pilzesammler unterwegs und Familien, die spazieren gehen. Ich war dort aber nicht erwünscht als jemand, der das dokumentieren möchte und da gab es dann eine Situation, als ich versucht habe, diese unterirdischen, noch erhaltenen Kellerräume nicht nur fotografisch festzuhalten, sondern filmisch. Ich hatte Filmlampen dabei und eine Kamera und war dort mit einer Mitarbeiterin und bei der Gelegenheit kam es zu so einem härteren Disput sozusagen, bei dem der neue Besitzer, den man hier auch sieht, mit dem, der Herr, den man von hinten sieht mit dem weißen Hut, so mit dem Bagger praktisch uns so abgewehrt hat sozusagen. Also schon eine sehr unangenehme Situation. So war ich dann sehr froh, dort eben nicht nur allein oder zu zweit zu sein, sondern einfach mit einer Gruppe von Leuten, die über dieses Gelände sich verteilt und wir dadurch mehr Perspektiven entwickeln konnten und bei der Gelegenheit eigentlich auch erst weitere unterirdische Räume gefunden haben. Die konnte ich alleine gar nicht entdecken, weil ich zu sehr unter Druck war sozusagen. Also ich musste die Bilder aufnehmen, während die anderen, diese neuen, also dieser neue Besitzer und seine Bekannten eben versucht haben, mich von dort zu entfernen oder mir den Zugang dazu verweigern. Vielleicht gleich mal eine Anschlussfrage da noch. Das ist ja schon auch ein Beispiel nicht für einen vergessenen Ort, sondern für einen Ort, der bewusst verdrängt wird, wo ökonomische Interessen im Vordergrund stehen und wo es auch um ein Übersehen in gewisser Weise geht. Du hast das in einem Interview mal bezeichnet als kollektive, kognitive Dissonanz, dass bestimmte Dinge eben nicht gesehen werden wollen, weil man sich natürlich auch auf Erfolge beziehen möchte oder wie du auch gesagt hast, auf ein Wohlstandsparadigma. Und das wäre jetzt auch ein ganz konkretes Beispiel für einen Ort oder eine Geschichte, die man auch in einem globalen Kontext betrachten kann. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Worte dazu sagen. Ja, diese Wertschöpfung und die ökonomische Erfolgsgeschichte, für die dieser Ort auch verwendet wird, die spielt, glaube ich, schon eine Rolle bei der Verdrängung. Die lässt dort einfach keinen Raum. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass in Neu-Aubing, wo jetzt ein Kindergarten und Künstlerinnen und Schrott, ein Schrotthändler, wie du es vorhin beschrieben hast, Paul. Der ist nicht mehr da. Früher war der immer da. Genau, also jetzt weniger kommerziell erfolgreiche Unternehmungen sind, dass dort es auch möglich ist, so einen Erinnerungsort einzurichten. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass es an diesem Ludwig-Bölkow-Campus möglich ist. Interessant finde ich auch den Zusammenhang, dass zum Beispiel die Firma Dornier, die in Neu-Aubing ja eine Firma, der, also ein Hauptausbeutender war, sozusagen, also eine Firma, die zu den jenigen gehört, die mit am meisten der Zwangsarbeitenden dort eingesetzt haben, dass diese militärische Abteilung der Firma Dornier in Airbus aufgegangen ist. Also diese, diese Erfolgsgeschichte des, des ökonomischen Erfolgs und die, die Hightech-Produktion, die findet schon eine Fortsetzung, und zwar an diesem Ludwig-Bölkow-Campus in Form der Firma Airbus, die die Wertschöpfung der Firma Dornier, die er auch massiv dort in Neu-Aubing eben Zwangsarbeiter eingesetzt hat, fortschreibt. So glaube ich, dass das vielleicht dort, wo diese, dieser Wohlstandsimperativ seine Fortsetzung findet, auch weniger leicht ein Ort der Erinnerung eingerichtet werden kann, wobei es mir gar nicht darum geht, unbedingt um jeden Preis diese Fundamente zu erhalten und dort einen offiziellen Erinnerungsort einzurichten, sondern es geht eigentlich darum, die Zusammenhänge transparent werden zu lassen. Also man könnte es ja auch, wenn man, wenn es denn irgendwie nicht wert ist, das zu erhalten, wenn es denn abgerissen werden muss, dokumentieren, offiziell dokumentieren, eine Integration in die Selbsterzählung sozusagen erschaffen oder zulassen. Davon ist man hier aber weit entfernt. Ja, das Profit teilweise auch auf dem Verschweigen basiert, es hat auch Leon Kahane noch mit einer anderen Arbeit beschäftigt, die ich ganz gerne noch ansprechen würde, bevor wir vielleicht auch zur Frage übergehen, wo und in welchen Form Meintner stattfindet. Ja, Leon, magst du vielleicht noch kurz was zur Arbeit Cherry Camp? You can cherry sagen. Ja, vielleicht können wir da mal so ein Bild von dem, genau das kannst du mal öffnen. Das ist, ähm, das ist eine relativ neue Arbeit und ja, das passt jetzt wirklich sehr gut auf das, was Franz Wanner gerade erzählt hat. Ähm, hier ist, das ist eine Videoarbeit, wir sehen hier ein, das ist ein Kanister, das ist der sogenannte Jerry Can, so wird der international genannt, aber ursprünglich hieß der mal Wehrmachtseinheitskanister. Äh, das ist, ähm, ein, ähm, wie rum erzähle ich die Geschichte am besten? Also ich wurde eingeladen, eine kleine Ausstellung zu machen, ähm, hier in Berlin während des Gallery Weekends 2020, also jetzt im Sommer im letzten und ich war mir nicht so ganz sicher und dann fiel mir auf, das ist, äh, direkt im gleichen Haus gewesen, dieser kleine Raum wie die Sammlung von Julia Stoschek, äh, Julia Stoschek hat eine der größten und wichtigsten internationalen Videokunstsammlungen, ist auch eine tolle Sammlung, also die hat so tolle Arbeiten, hat viel mit Künstlern zusammengearbeitet wie Arthur Jaffer, der sich ganz stark mit der, äh, den Zusammenhängen und den Kontinuitäten aus Sklaverei und Kolonialismus beschäftigt, gerade für, äh, äh, die afroamerikanische Community, und irgendwie hatte, war da was, erinnerte ich mich, dass ich da immer was gelesen habe, jedenfalls habe ich ein bisschen recherchiert und bin gestoßen auf den Wehrmachtseinheitskanister, der, ähm, ähm, so ein, eines dieser, ähm, Produkte ist, der deutschen Kriegsmaschinerie, äh, die sozusagen aufgrund ihrer Genialität in der Konstruktion bis heute hergestellt werden, und der Kanister wurde von der Firma, Max, also von verschiedenen deutschen Firmen hergestellt, unter anderem von der Firma, ähm, Max Brose Autoteile, äh, für die Kriegsmaschinerie produziert, und, äh, dafür hat die Firma Max Brose, heißen, äh, also hat dafür auch Zwangsarbeiter angefordert, die hatten ein eigenes Zwangsarbeiterlager an ihrer Produktionsstätte in Coburg angegliedert, ähm, bewacht von der Wehrmacht, und auch hier, ähm, also hier ist es so, das war dann, also die Firma hat vorher Fensterheber produziert, im relativ kleinen, überschaulichen Rahmen, und mit der Produktion dieses Wehrmacht-Einheitskanisters unter, ähm, und mit Hilfe, oder Hilfe, also mit diesen Zwangsarbeitern, sind sie zum Massenproduzenten gewachsen, haben sich eigentlich darüber dann auch später für den Persilschein qualifiziert, man muss sagen, Max Brose, der Firmengründer, war ein glühender Nazi, äh, glühender Antisemit, und das ist jetzt erstmal alles quasi Teil der Geschichte, wie wir sie an vielen Stellen in Deutschland, man muss eigentlich, wie Franz uns gerade gezeigt, man muss eigentlich nur irgendwo mal ein bisschen tiefer graben, und relativ schnell tun sich diese Abgründe irgendwo auf, ähm, das Interessante ist hier in diesem Fall, dass auch hier die Firma Max Brose, die gibt es bis heute, ist einer der größten Familienunternehmen, haben über 25.000 Angestellte, es gibt eigentlich wahrscheinlich kaum ein Auto weltweit, wo nicht irgendwelche Teile von denen drin sind, vor allem Autositze und so Armaturen und sowas produzieren die, und Fensterheber nach wie vor, also sie haben auch den ersten elektrischen Fensterheber entwickelt und, ähm, ja, ähm, der, was hier speziell ist in diesem Fall, ist, dass die Firma Max Brose nicht nur sich nicht mit ihrer Vergangenheit beschäftigt haben, wie es inzwischen ja viele doch getan haben, oft sozusagen unter viel Druck ist das erst passiert, gegen viel Widerstand und inzwischen wird sich damit natürlich dann gerühmt in diesen Firmen, dass sie sozusagen so ordentlich und vorbildlich ihre Vergangenheit aufgearbeitet haben. Hier ist das nicht so, ähm, der Enkel von Max Brose, Michael Stoschek, hat, ähm, ein, ähm, sozusagen eine Art Familiengeschichte in Auftrag gegeben bei einem Historiker, die die, die Familiengeschichte komplett schönt, ähm, und dieses Buch kommt auch komplett ohne Quellen aus, das ist sozusagen in der Geschichtswissenschaft ein ziemlicher Skandal gewesen, dass auf so eine Art und Weise Revisionismus aktiv betrieben wird, ähm, äh, wobei der Professor selbst, äh, an die, äh, das damit erklärt, dass es besser lesbar sei, ohne Fußnoten. Ja, ist unterhaltsamer. Nichts unterhaltsamer. Ja, er hat, ähm, er sieht sich natürlich irgendwie einer Hexenjagd ausgesetzt, dieser Historiker, der diese Auftragsarbeit, äh, angenommen hat und fühlt sich diskreditiert und ungerecht behandelt. Äh, Michael Stoschek ähm, ebenfalls, er hat gesagt, mit diesem Buch ist alles zu der Familiengeschichte gesagt, sein Großvater war ein großer, ein großer Humanist, der die, äh, ähnlich wie die Balsens, äh, so, die Zwangsarbeiter besonders gut behandelt hat. Das stimmt natürlich alles nicht, das ist auch nachweisbar, dass es nicht stimmt. Er hat auch gesagt, ähm, sein Großvater konnte nur keine Juden retten, weil es in Koro kein Konzentrationslager gab, also sozusagen, nur um das mal jetzt so ein bisschen zu illustrieren, die Denkweise, die sich da so wahnbricht. Naja, und, ähm, seit, ab 2004 hat er auch versucht, in Coburg eine Straße umbenennen zu lassen, in Max-Borose-Straße, das ist auf sehr viel Widerstand gestoßen, so im Stadtrat, aber, äh, nachdem er dann so Gelder gekürzt hat, Subventionen und so weiter und so fort, also das ist natürlich der größte Arbeitgeber da am Platz und wahrscheinlich auch der größte Steuerzahler, etc. Er hat alle Zuwendungen gekürzt und dann hat 2015 ist dann die Stadt auch eingeknickt und hat eine Stadt Max-Borose-Straße äh, benannt, die führt entlang der ehemaligen Synagoge von Coburg und das ist, ähm, alles bekannt und das ist eigentlich auch das Skandalöse daran, dass, ähm, in der Kunst, also Julia Stoschek ist, die Erbin und auch, ähm, Anteilseignerin und die sind Vorstand der Firma und ist auch sozusagen natürlich da sehr loyal, was das angeht und ich finde eben auch, dass zu sagen, es ja eigentlich nicht darum geht, ähm, also dass es ja vor allem darum geht, diese Geschichte aufzuarbeiten, transparent zu machen und sichtbar zu machen und sich mit der zu konfrontieren und eigentlich zeigt ja auch die Erinnerungskultur, dass diese Firmen damit alle ganz gut gefahren sind, sonst würden sie sich damit jetzt nicht sozusagen alles schmücken, aber, äh, das machen die nicht, sie wollen es nicht, es wird geschwiegen, es wird auch alles relativiert und, ähm, ja, inzwischen, also, die Arbeit, ähm, hat tatsächlich so ein bisschen Wellen geschlagen, also es ist bis zu Böhmermann irgendwie durchgedrungen, diese ganze Storchek-Geschichte, ähm, nach dieser Ausstellung und wir können uns das jetzt hier nochmal ein bisschen, ja, also das ist eine Filmarbeit, wir können uns jetzt in Installationsansicht schauen, genau, das ist im Prinzip so stilistisch ein bisschen gehalten, so, äh, wie so, 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 so diese leicht, äh, pädagogischen, aber auch propagandistischen, ähm, Cartoons aus dieser Zeit, so 40er Jahre, äh, es gibt eben diesen kleinen Kanister, der hat, äh, der sitzt dort in seinem Sessel und erzählt seine Geschichte, weil ab 1944 die Briten haben sich den besorgt und haben den nachgebaut, weil die Briten hatten sozusagen so schlechte Kanister und, ähm, in diesem Video erzählt im Prinzip dieser, dieser Zeitzeugenkanister, wie er als Produkt, ähm, dieser Tötungsmaschinerie der Nazis eigentlich nochmal eine Chance gehabt hat und quasi die Seiten gewechselt hat und am Ende den Briten geholfen hat oder den Alliierten. Das ist so ein bisschen sozusagen so der Plot, der hier so erzählt wird von diesem Kanister. Der erzählt seine eigene Geschichte, also er ist selber eigentlich wie ein Zeitzeuge, ähm, genau, das ist die Arbeit, wir können die jetzt noch nicht sehen, weil... Leon, vielleicht, äh, darf ich dich kurz, obwohl das sehr spannend ist, ähm, an der Stelle unterbrechen, um noch, noch Christiane Huber mal wieder einzubinden. Also, wir haben jetzt bei dir, Franz, und auch bei dir, Leon, gesehen, bei den Beispielen zumindest, dass ihr auf erhebliche Widerstände gestoßen seid in eurer Arbeit, ähm, oder auch Widerstände angesprochen habt, ähm, Kunst sozusagen auch als etwas verwendet habt, ähm, um gesellschaftliche Missstände in der Erinnerungskultur, um auf sie aufmerksam zu machen. Mich würde von Christiane erinnern, welche Widerstände es da in deiner Konstellation gab. Du hattest ja, sage ich jetzt mal, den Vorteil, anders als es jetzt Franz war, dass du nicht, natürlich von außen kamst, weil du schon lange dort nicht mehr wohnst, aber doch, äh, eine gewisse Credibility hattest, würde ich es jetzt mal nennen. Äh, das hatte Franz wahrscheinlich bei Airbus nicht, äh, seitdem er wäre bei dem Studiengang aufgenommen worden. Ähm, also die Frage wäre, was, was sind deine Widerstände gewesen, wie bist du damit umgegangen und das passt auch zu einer Frage, äh, die wir im Chat haben, bei der Gelegenheit möchte ich auch alle anderen, ähm, zu sehr nochmal ermuntern und jetzt, äh, noch ein paar Fragen zu stellen. Eine gab es bereits, ähm, die lautet, welche Begegnungen während euren Arbeiten ist, äh, euch nachhaltiger in Erinnerung geblieben? Ähm, negative haben wir jetzt einige schon so angeschnitten, aber es, es können durchaus auch positive sein. Ähm, also die Frage würde ich erst mal in Christiane stellen und sie kann aber dann gerne auch noch von Leon oder Franz aufgegriffen werden. Also ich würde, äh, vielleicht zwei Sachen dazu sagen, auch jetzt vorher nochmal, weil Juliane hat ja auch gesagt, ähm, in meiner Arbeit, also ich hatte ja eine, eine Perspektive vor allen Dingen, die Perspektive der Bauern und Bäuerinnen und was jetzt Begegnungen innerhalb dieses Projektes angeht, gab es da natürlich sehr, auch sehr, sehr besondere mit diesen alten Zeitzeugen, aber wichtig war für mich auch eine Begegnung nach dem Projekt. Das hat sich dann über diese Projektwoche, hat sich ein, ein Kontakt zu einer ehemaligen Zwangsarbeiterin, äh, in Polen aufgetan, die wir dann noch besucht haben und, ähm, deren Narrativ wir dann in ein Theaterstück gepackt haben. Also das war eine sehr wichtige, also die hat wirklich, ähm, war nicht nur in der Gegend, äh, tätig als Zwangsarbeiterin, sondern hat dann auch in dieser sogenannten Ausländerkinderpflegestätte, ähm, ihr Kind, äh, zur Welt bringen sollen und hat aber glücklicherweise, war sie, war das schon Kriegsende und sie wurde dann nach Hause geschickt und das Kind hat dann überlebt. Ähm, also einfach wirklich nur so, das waren sehr glückliche Zustände in dieser Situation, aber, ähm, das zu dem Thema, welche Begegnungen hatte ich auch, also, die mir so in Erinnerung geblieben sind, ähm, aber es gibt noch eine andere Geschichte, auch jetzt zu dem Widerstandsthema, würde ich vielleicht das Bild von dieser Mistgabel oder Heugabel, das die Juliane vorher kurz gezeigt hat, nochmal zeigen, ähm, weil das tatsächlich, ähm, der größte Widerstand war wahrscheinlich schon diese Geschichte rund um diese, diesen Tod dieses, äh, ehemaligen Zwangsarbeiters, äh, Stefan Stabuzinski, ähm, also zum einen gibt's da kaum, hab ich kaum was in den Akten gefunden, über den ich war natürlich in den Archiven und zum anderen war der Widerstand einfach diese Geschichte irgendwie zu erzählen, auch, äh, weil jetzt hat man zwar gesagt, man kann jetzt drüber reden, weil die Leute, die involviert waren, wahrscheinlich in diese Bürgerwehr des Ortes, also es war quasi, ähm, waren Bauern, die als, äh, äh, als, äh, im Krieg waren und als Soldaten, äh, nach Hause kamen und dann eben, ähm, wenn diese polnischen Zwangsarbeiter geplündert haben, ähm, eben sich zur Wehr gesetzt haben und einer dieser Zwangsarbeiter wurde dann per Exempel, ähm, es wurde mir dann schon gesagt, einer musste dann sterben, weil, weil, ähm, um ein Exempel zu statuieren und das heißt, ähm, und, aber rund um diese Geschichte haben sich wahnsinnig viele Widerstände aufgetan, ähm, und auch es fällt, also tatsächlich, ähm, wurde auch diese Geschichte dann oft noch verdreht und dann auch selbst auch beim, beim, in der Projektwoche selbst dann so, ähm, hingestellt, als wäre dieser Mann in die Mistgabel reingelaufen und, ähm, also, und ich habe dann dieses Theramin hier gebaut, also es ist eine, ähm, eigentlich eine Mistgabel, also vielleicht kennt ihr dieses, ähm, Instrument Theramin, äh, so ein elektronisches Instrument, das eben berührungslos, äh, funktioniert und, äh, je nachdem, wo die Hände an diesen Elektroden sind, ähm, kann man Tonhöhe oder auch Lautstärke verändern und ich habe das versucht anhand, äh, dieser Mistgabel oder Heugabel in dem Sinne, ähm, zu verbildlichen, mit einer Heugabel wurde dieser, äh, Pole eben umgebracht, ähm, und ich habe dann, ähm, da so ein, ähm, eine Software angeschlossen, so aus und, und da sind verschiedene Stimmfetzen, also Narrative der Geschichte wurden abgespielt, wenn man nur so ganz kurze Stimmfetzen von den Zeitzeugen, die eben diese Geschichte ganz unterschiedlich erzählen und das, ähm, und so, wenn man eben an dieser Mistgabel vorbeigegangen ist, dann hat das, ähm, ähm, eine, einen kurzen Stimmfetzen abgespielt und das war für mich eben, also rund, nicht verständlich und auch nicht wirklich, äh, und die Geschichten waren auch wieder, wiederläufig oder gegengegenläufig, aber für mich war das, äh, ist das eigentlich ein ganz guter Ausdruck von dem Widerstand, der mir in diesem Projekt auch begegnet ist, über eine Geschichte zu erzählen, über die man einfach nicht mehr sprechen will und die aber sinnbildlich steht natürlich für, ähm, den Umgang auch, ähm, mit dieser Zeit oder in der Regel wurde mir halt erzählt, ja, eigentlich ist es denen doch gut gegangen, das war das, äh, ganz klassische Bild und dann, wenn man näher nachgebohrt hat, war es schon so, ja, einigen auch nicht und es gab schon auch böse Bauern und so, also, genau, wahrscheinlich ging es ihnen tatsächlich auf einigen Bauernhöfen gut, aber auf ganz vielen auch nicht, so, und, ähm, ja, und sie waren natürlich auch, sie waren jetzt Arbeit, äh, was klar, also, äh, gezwungen, genau. Das ist jetzt erstmal meine Antwort darauf, da gibt's noch viel zu sagen. Ja, vielleicht eine Frage an, an alle, was, ja, wir haben jetzt verschiedene Arbeiten von euch kennengelernt, ähm, ich selbst bin Historiker, ich würde dann, ähm, eher mit anderen Medien arbeiten, aber was ist denn eigentlich, was seht ihr als besondere Chance in solchen künstlerischen Annäherungen an erinnerungskulturelle Missstände euch zu nähern? Gibt es eine größere Freiheit möglicherweise? Gibt es eine größere Freiheit der Kunst, ähm, und, oder ist das letztlich, sitzen wir irgendwie im gleichen Boot? Also, das würde mich auch interessieren, in, in, es gibt natürlich eine größere Formvielfalt, sag ich mal, die die Kunst bietet. als Intervention, aber gibt's darüber hinaus, äh, aus eurer Sicht, äh, eine besondere Chance, die ihr auch, auch seht, äh, oder, ähm, ja, ähm, ja, also, der Satz endet nicht, aber vielleicht könnt ihr ihn, äh, vollenden, ähm, Franz, du, was ich vielleicht an dich fand, deswegen, weil, ähm, oder was bei euren allen Arbeiten fand ich interessant, ihr, ähm, ähm, stellt gesellschaftliche Missstände in Punkt der Erinnerungskultur, ähm, oder macht sie öffentlich, ähm, ohne aber einen, äh, moralisierenden Anspruch zu deutlich zu machen, ähm, das finde ich persönlich eigentlich ganz gut, ähm, ähm, ja, also, ich, ähm, also, ich, ähm, ähm, diese, ähm, diese, ähm, diese, ähm, NS-Geschichte, ähm, ähm, um es, um sie in der Gegenwart, ähm, erzählen zu können, ähm, eine, eine Vermittlung braucht und, ähm, man sich auch einen, ähm, 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 vermittelnden Zugang, der auch experimentell oder spielerisch oder, ähm, äh, auf eine, auf eine Art involvierend und, ähm, äh, ergebnisoffen sein kann, vorstellen sollte. Und ich glaube, dass, ähm, ähm, diese Möglichkeiten in der bildenden Kunst, ähm, naheliegend sind, ähm, zu verwenden, vielleicht naheliegender als, ähm, an einem NS-Dokumentationszentrum, ähm, ähm, natürlich ist das ein sehr heikler Punkt, weil, weil es, ähm, 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 um bestimmte Fakten geht, auf die man sich bezieht, aber die Frage, wie man, äh, daraus eine Erzählung konstruiert, ähm, ähm, offen ist. Also es gibt ja nicht einen, einen Zugang zu einer unmittelbaren Wahrheit oder einem unmittelbaren Fakt, sondern es ist immer vermittelt über, äh, jetzt auch eine, eine zeitliche Distanz, ähm, ähm, die, die größer wird und, äh, Zeitzeuginnen, die, äh, weniger werden, aber auch unabhängig davon, äh, bleibt die Frage, äh, wie wird erzählt, mit welchen Mitteln wird erzählt und ich glaube, ähm, ähm, Zugänge, die, die auf eine Art auch, ähm, ähm, Freiheiten haben in Bezug auf, auf experimentelle Formen, spielerische, spielerischen Umgang sozusagen, ähm, dass, ähm, das eine Möglichkeit sein kann, in der bildenden Kunst damit umzugehen. Und ich sehe, ähm, dass es, äh, zum Beispiel jetzt, ähm, in, in historischen Kontexten oder in der historischen Ausstellung, ähm, vielleicht erst mal, äh, weniger um, um so eine Öffnung, äh, geht, ähm, sondern, sondern erst mal um so eine, so ein Finden von Fakten. Wir haben letztens, Paul, über einen Text gesprochen, ähm, äh, eines italienischen ehemaligen Zwangsarbeiters in Neu-Aubing, der interviewt wurde und sich, ähm, eigentlich an, an wenig erinnert und sehr alt ist und, äh, seine Nichte, glaube ich, eine Verwandte von ihm sitzt dabei und er spricht auch nicht so deutlich. Sie versucht dann so ein bisschen zu erraten, was er gesagt haben könnte und sagt es dann. Das Ganze wird dann nochmal übersetzt. Also es hat schon so mehrere Übersetzungsebenen und, äh, die Fragen stammen aus so einer historisch interessierten Perspektive. Die Antworten, die gegeben werden von diesem Mann, kreisen eigentlich um, um zwei oder drei Erlebnisse, die er hatte, die er nicht vergessen kann. Nämlich, wenn er eine Kartoffel anfassen wollte, haben die Deutschen geschossen. Und, ähm, die, diese, ähm, Erinnerung, äh, wird von ihm geäußert in, in ganz unterschiedlichen Kontexten, äh, auf verschiedenste Fragen. Also, wir haben drüber gesprochen, du meintest, der, der Text ist praktisch, äh, unbrauchbar, weil keine Fakten drin sind. Und, ähm, mich hat gerade dieses, dieses umkreisende Moment, also das ist relativ lang, das Interview und es kommen dieselben Momente immer und immer wieder, äh, so dass man irgendwann eben so, so, äh, eine Vorstellbarkeit entwickelt, sozusagen. Ich glaube, darum geht es oft, so eine Vorstellbarkeit zu erzeugen, ähm, die, die diese, äh, dieses Grauen auch irgendwie fassbar und erzählbar macht. Und diese Qualität habe ich eigentlich in dem Interview gefunden als, als erzählerische Qualität, sozusagen. Weil irgendwann war so klar, der, der, der ist abhängig davon, jetzt endlich diese Kartoffel zu bekommen, weil, weil die einfach, äh, dort am Verhungern waren, sozusagen. Und, ähm, das ist eine, eine Information, die schon auch sehr, sehr bedeutsam ist, sozusagen. Also, ähm, es gibt andere Zugänge, glaube ich, andere, andere Möglichkeiten der Verwertung. Und ich glaube, dass die, dass das größte Potenzial eigentlich in einer interdisziplinären Verschränkung, ähm, besteht, auf der verschiedene Disziplinen sich auf Augenhöhe begegnen. Und das jetzt weniger so läuft, ihr seid Historiker, ihr liefert die Fakten, wir sind Künstlerinnen, wir, wir können irgendwie damit irgendwas spielerisches anfangen. Sondern, sondern beide Disziplinen und auch andere würde ich als epistemisch verstehen, als Wissens- und Erkenntnisbildend. Und, ähm, die, die Übergänge und, äh, und, äh, und Öffnungen dazwischen eigentlich als sehr wertvoll ansehen. Ja, das, das spricht natürlich die Frage der Perspektive an, aus der Geschichte erzählt wird. Und, äh, wie du sagst, natürlich auch die Zugänge. Leon hat die Hand gehoben. Ich glaube, er wollte reagieren. Ja, jetzt hat Franz es eigentlich am Ende auch noch gesagt, also die Bilder sind halt unheimlich wichtig, ähm, um das sozusagen, sagen wir mal, irgendwie erfahrbar zu machen. Also das mit der Kartoffel jetzt gerade, äh, fand ich zum Beispiel total eindringlich. Ähm, da transportiert sich so viel von dem, was quasi in all diesen Dokumenten drin steckt, am Ende in so einem einfachen, in so einem kleinen Bild, ähm, dass das sozusagen irgendwie zusammengehört. Außerdem, ähm, ist ja Kunst und Kultur auch ein Ort, wo viel über Bilder und Sprache verhandelt wird und, äh, was das eigentlich mit so einer Gesellschaftskultur am Ende auch anrichtet. Also, ähm, das zum Beispiel, Viktor Klemperer beschreibt das ja unheimlich gut in seiner LTI, also wie sozusagen eine ganze Gesellschaft erst mal umgebaut wird, über Sprache. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man sozusagen künstlerisch oder kulturell diese Themen immer wieder auch, ähm, ähm, angreift und diese, diese Aspekte davon eben auch zum Teil, äh, des Nachdenkens macht. Ähm, genau. Und wir sehen das natürlich auch, ähm, was das bedeutet, zum Beispiel in so den, in so den, in einer aktuellen, in den aktuellen politischen Debatten und Dynamiken, wie stark auf einmal der Zugriff wird, äh, von so neurechten Akteurinnen, wie man heutzutage sagt, auf, ähm, die Erinnerungskultur, auf die Gedenkstätten, äh, ne, also sozusagen der gesellschaftliche, äh, also sozusagen der Revisionismus setzt, ähm, ja, dabei an, wie eine Geschichte erzählt wird, was eigentlich erzählt wird, von wem und so weiter und so fort. Deshalb ist das eigentlich sehr wichtig und im Übrigen, äh, um nochmal auf die Frage zurückzukommen mit denen, ähm, mit denen, ähm, mit denen, ähm, mit denen, wie man begegnet ist und was die schönen Begegnungen waren, es war für mich persönlich, also zum einen im Drancy natürlich die Familie Tina Derr, das war eine oder eigentlich starke Begegnung, die mir, mich sehr stark geprägt hat und ich habe auch immer noch Kontakt mit den Leuten, aber sozusagen erschütternd für mich war eigentlich die Art und Weise, wie zum Beispiel der Arbeit, äh, mit dem Jerry Can begegnet wurde in der, in der, in der, in der Kunstwelt, ähm, äh, einer sehr etablierten Kunstwelt, ähm, die eigentlich natürlich sozusagen, die, die, die Reaktion war sehr schambehaftet, die kognitive Dissonanz setzte auch sofort ein, warum musste jetzt der arme Julia Stoschek, die hat doch niemandem was getan, die hilft so vielen Leuten in Düsseldorf, die ist so nett, also als würde das eine Rolle spielen, ob jemand nett ist oder nicht, bei der Frage danach, ähm, wie man sozusagen mit der Vergangenheit, äh, umgeht, ich bin mir ganz sicher, dass die bestimmt sehr nett ist, warum, so, ja, also, aber das ist sozusagen, da steckt so viel Abwehr drin, so viel, ähm, also, so viel, ähm, persönliche Abwehr, ne, weil natürlich überall, äh, ist sie in irgendwelchen Gremien, im Vorständen, das Geld ist überall drin, die Sammlung, überall zeigen Leute, was jeder will natürlich, dass sie, jede Galerist will, dass die Sammlung was ankauft und so, ne, und sozusagen sofort wurde das zu so einer ganz persönlichen Angelegenheit von vielen Leuten und, ähm, mir wurde sozusagen ganz oft und an vielen Stellen gesagt, also, wie kann ich nur so, so ein böser Mensch sein, sozusagen, jemanden so jetzt an den Pranger zu stellen, war sozusagen immer die Formulierung, das war für mich schon, es war nicht überraschend, um ehrlich zu sein, ich habe damit schon gerechnet, aber, ähm, war dann doch irgendwie, das war eine sehr unangenehme Erfahrung und ich finde deshalb ist es total wichtig, dass in der Kunst und Kultur, ähm, die spielt da, hat da eine eigene Rolle, die muss auch sozusagen, da muss auch sozusagen genau hingeschaut werden selber, was das eigentlich, ähm, ähm, mit den, sagen wir mal, Zuständen und Umständen und so macht, der Umgang mit der Vergangenheit. Ja, ich, äh, glaube, wir haben einen sehr schönen, ähm, Eindruck bekommen, dass ihr mit sehr unterschiedlichen Mitteln in verschiedenen Kontexten auch arbeitet, ich komme auch gleich noch zu dir gerne, ähm, ja, weil das, äh, natürlich auch so ein bisschen, oder man kann es berücksichtigen auf den Titel der heutigen Veranstaltung, weil, äh, der heißt ja historische Ort und künstlerische, äh, Intervention und was wir uns dabei gedacht haben, ist natürlich auch, dass es, dass man es diskutieren kann und das haben wir, glaube ich, schon sehr schön getan, also die Frage, was ist ein historischer Ort, ist, äh, entweder ist alles ein historischer Ort oder der historische Ort ist gleichfalls auch ein Ort der Gegenwart, ähm, also auch die Frage impliziert, ähm, was erinnert wird an einem Ort und wo Erinnerung stattfindet und die künstlerische Intervention, äh, kann man natürlich auch im Sinne eines erweiterten Kunstbegriffs verstehen, also auch wirklich, ähm, ja, die Tatsache, dass Diskurse mitgestaltet werden, ob das jetzt lokale Diskurse in Oberbayern sind oder größere Diskurse innerhalb eines Kunstfeldes, ähm, alles trägt ja dazu bei, dass bestimmte Vorstellungen von Vergangenheit diskutiert werden. Ähm, vielleicht nochmal, äh, um auch nochmal auf dich zu kommen, Christiane, äh, die Frage, du hast es eingangs schon erwähnt, du hast sehr viel Zeit, äh, an den Orten verbracht, du hattest erst die Vorstellung, du gehst dorthin, in einer Woche entsteht dein Projekt und es ist fertig, ähm, aber dann hast du ja vor Ort gelernt, dass du, äh, deine Methoden vielleicht auch ein bisschen anpassen musstest und vielleicht andere Zugänge, äh, finden musstest, wie du Themen, ähm, ähm, ja, sichtbar machst oder überhaupt erst zur Sprache bringst. Vielleicht kannst du daraus noch kurz einnehmen. Ähm, auf all die Fragen ist es um auch wirklich, äh, schwierig kurz zu antworten. Genau. Also tatsächlich, äh, ja, es war geplant quasi so eine, ähm, ich hab, musste das, diese Form von Partizipation auch nochmal überdenken, was, äh, was bedeutet das wirklich und was will ich damit und will ich es dann letztlich wirklich? Ähm, also letztlich war das dann so, dass es eben nicht eine, ähm, eine Partizipation im Sinne von wir arbeiten eine, eine Woche und erarbeiten das innerhalb der Woche, sondern, ähm, ich muss da ganz oft hinfahren, muss an Türen klopfen, muss die Leute irgendwie, muss, muss sehen, wie diese Themen die Leute dann auch erreichen oder muss das Publikum eigentlich erst kennenlernen. Also eigentlich, ich glaube, es ist ein bisschen wie bei Interventionen auch im öffentlichen Raum. Ich muss erst mal sehen, welcher, wie der Ort funktioniert, also was so die, und was ich dann hinzufügen kann oder was ich damit irgendwie anstoßen kann und was ich, welche Fragen ich da überhaupt entwickle. Und, ähm, und so hat es, ist es dort dann auch passiert, dass ich irgendwie erst mal sehen musste, wie, wie geht man in Resonanz mit den Leuten dort und was kommt dort an und was, ähm, und, und was macht Sinn und irgendwie, ähm, und manche Sachen waren wirklich ganz einfach so, dass dann, die sind dann wirklich ganz organisch entstanden, wie dieses Glockenprojekt mit diesen alten Hofglocken, die während des Zweiten Weltkrieges oft als Notfallglocken, ähm, äh, benutzt wurden und wir haben dann dieses, diese, dieses Läuten reenacted quasi und alle waren sofort dabei. Es war überhaupt, es war nur so ein kleiner Hinweis, wollte die Glocken läuten und dann waren alle dabei, die Feuerwehr hat geholfen, wir haben die installiert, wir haben sie, wir haben es gemacht und die Leute wussten warum und wir mussten das irgendwie nicht so Framen groß. Also das ist so, ähm, eine, eine Form, die ich dann ganz als gelungene Partizipation dann auch empfand und die sich aber dann erst vor Ort an Ort und Stelle entwickelt hat, aber auch sehr, sehr viel Zeitaufwand gekostet hat. Also wenn ich jetzt da nochmal gucke, was die, was man eben auch, um nochmal ganz kurz die Frage vom Paul auch nochmal aufzugreifen, was, ich arbeite jetzt mit einer Historikerin zusammen, weil ich auch merke, ich kann das nicht, nicht beides oft so abdecken, beide Felder und, äh, und hab, weil ich noch so viele Geschichten aus diesem Projekt habe und eben auch von der anderen Seite aus Polen oder der Ukraine und diese Erzählungen zusammenbringen will und wir arbeiten jetzt an einem Spielfilm, äh, mit einer Schriftstellerin, die auch Historikerin ist, ähm, Dana von zufrieden, um, um da nochmal zu gucken, äh, wie bereite ich das auf, dass das auch einem größeren Publikum, ähm, zugänglich wird und, äh, weil ich es wichtig finde und weil die Geschichten wirklich gut sind und weil sie erzählt werden müssen. So, aber es ist ein längeres Projekt. Ja, wir sind, äh, leider zum Ende unserer spannenden Veranstaltung gekommen. Ich möchte jetzt allen nochmal die Möglichkeit geben, also euch dreien, äh, einen ganz kurzen letzten Satz zu sagen, einen Satz mit vielleicht ein paar Kommata, ähm, äh, und das verbinden mit einer Frage, die auch im Chat noch aufgetaucht ist, ähm, und die die Christiane eigentlich schon angesprochen hat. Wie könnt ihr mit eurer Kunst, ähm, oder generell mit Kunst, ähm, ein breites Publikum erreicht werden? Und damit zusammenhängen die Frage, die ebenfalls im Chat, äh, äh, gestellt wurde, ähm, gibt es denn die Arbeiten, die ihr gemacht habt, noch irgendwo zu sehen oder wo gibt es sie noch zu sehen? Weil, ähm, das hängt natürlich auch mit der Frage zusammen, ähm, wen kann, wen kann man mit solchen Arbeiten erreichen, konkret, äh, und in welchen, in welchen Zusammenhängen. Ähm, ähm, das vielleicht als, als Schlussrunde, bevor wir uns verabschieden, jeder, zwei Sätze, zwei Sätze. Also, wie kann man ein Publikum, ein größeres Publikum erreichen und sind eure Arbeiten noch zu sehen? Ich fange einfach mal an, ähm, ähm, Arbeiten zu sehen. Also, man kann meine Arbeiten auf Vimeo, kann man das angucken. Die beiden Arbeiten sind öffentlich sichtbar, weil es auch wichtig ist, dass man sie sehen kann. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, da kann ich dann auch so einen Link nochmal schicken. Ähm, naja, ich, ich, das, dafür gibt es, glaube ich, keine, äh, keine allgemeingültige Regel für dieses, wie kann man das einem breiten Punkt Kunstpublikum, ähm, sichtbar machen. Aber es gibt natürlich Arbeiten, die, ähm, sozusagen für viele Leute, die so eine Art gemeingültig, allgemeingültigkeit haben, für viele Leute wichtig sind, gerade jetzt bei so inhaltlichen Arbeiten, die wir jetzt hier so präsentiert haben, das sind ja keine abstrakten Malereien oder so. Und ich denke, da kommt es einfach darauf an, ob man, ähm, vielleicht daran interessiert ist, so Themen zu bearbeiten, die eben eine Relevanz haben für eigentlich die gesamte Gesellschaft. Oder ich würde es zumindest so sehen, ich denke, dass es sozusagen, wenn es um Fragen der Gesellschaftskultur geht oder so, dann, ähm, kann man nur hoffen, dass es dafür ein Interesse gibt. Und dann, äh, ja, ich, ich denke, eigentlich die Leute haben ja ein Interesse daran. Also sozusagen, ich glaube, das Publikum ist ja generell interessiert. Und wenn man entsprechende Räume sich schafft oder bekommt, dann funktioniert das eigentlich. Also ich glaube, ähm, generelles Interesse an solchen Fragen ist eigentlich da. So hat es meine Erfahrung zumindest. Ich würde jetzt ganz, nicht ganz uneigennützig auch sagen, dass natürlich Kooperationen mit Einrichtungen wie unserem Haus vielleicht sagen können, dass man nochmal ein anderes Publikum erreicht. Ja, auf jeden Fall. Es ist wichtig, das ist interdisziplinär, ne? Das hilft natürlich ungemein. Und ist auch wichtig, ja. Franz, bist du noch zu sehen? Demnächst, außer bei uns. Bald. Die Arbeit, über die wir jetzt gesprochen haben, From Camp to Campus, dieser Film, ist auch auf Vimeo zu sehen. Und, ähm, daran anknüpfend, äh, ist eben dieses Projekt Mind the Memory Gap im Rahmen von Departure Neu-Aubing zu sehen als nächstes. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, die App, die wir planen, das müssen wir machen. Die App, genau, ja. Die ist dann von überall aus zu sehen, nicht nur in Neu-Aubing. Und, äh, das finde ich auch einen bezeichnenden oder einen wichtigen Punkt, dass, äh, Erinnerungsorte eben nicht, äh, an der geografischen Grenze verlaufen, sondern, äh, eine Offenheit haben, sozusagen, also nicht als Orte missverstanden werden, wie, die in den, äh, Kontext eingrenzen. Äh, äh, genauso wie ich Erinnerungen, zum Beispiel an die NS-Zeit, äh, dann interessant finde und eigentlich nur dann, wenn sie sich mit der Gegenwart in der Lage ist, zu verbinden. Also die NS-Zeit als Entität zu verstehen, die abgeschlossen ist, halte ich für kontraproduktiv, auch für gefährlich. Ähm, mich interessieren nur die Verbindungen, die es zur Gegenwart gibt. Und, ähm, ich glaube, dass, äh, dabei auch ein Kulturbegriff eine Rolle spielt und, äh, Identifikationsmomente wichtig sind, ähm, die dann in so einer, in so einer, Vermittlung oder so einem Narrativ, das man entwickelt, äh, eine Rolle spielen, die auch mit einer gewissen, ähm, Unabhängigkeit funktionieren, äh, in, in Bezug auf Abstammungsprinzipien, auch, ähm, ähm, Tradierungen innerhalb eines Feldes der Kunst, zum Beispiel, wie du das gesagt hast, Leon, also, äh, ich glaube, dass da schon eine gewisse, ähm, Schonungslosigkeit auch notwendig ist. Auch, ähm, auch eine Risikobrüche, äh, herzustellen sozusagen, äh, mit, ähm, Tradierungen, mit, ähm, mit, ähm, ökonomischen Abhängigkeiten, auch mit familiären und, äh, äh, die Generationen betreffenden, äh, äh, Zusammenhänge sozusagen, also, äh, da sehe ich oft so eine Klebrigkeit und irgendwie so eine Ängstlichkeit, äh, mit der man da so sich, sich irgendwie, äh, zu schützen versucht, scheinbar, um nicht mit dieser Vergangenheit in Berührung kommen zu müssen. Ähm, ähm, Christiane. Habe ich nicht ganz, aber beantwortet, glaube ich. Ähm, dann, ähm, genau, also, zu dem, zu dem Teil, wie einem breiteren Publikum, ähm, zugänglich machen, war schon, ähm, ähm, da hatte ich ja schon was gesagt gerade auch, und wo man Arbeiten noch sieht von mir ist jetzt tatsächlich, wenn Covid es zulässt, dann haben wir in Inburghausen in dem Landkreis, spielen wir nochmal ein Theaterstück, was ich, äh, Zehn Vaterunser, was ich aus diesen Recherchen, was ich da erarbeitet habe, aus den Zeit-, also, das basiert wirklich auf Zeitzeugengesprächen und übersetzt es in ein Stück, ähm, und das wird dann auch nochmal am 1.2. Juni an den Kammerspielen wieder aufgenommen, wenn alles gut läuft, genau. Ja, ähm, leider ist unsere Diskussion heute zu Ende gegangen, ähm, aber gleichzeitig ist es, ähm, auch der Beginn von mehr Zusammenarbeit, also die interdizessionäre Arbeit, ähm, wird auch in Zukunft wichtig bleiben, ähm, Franz hat es schon erwähnt, ganz konkret arbeiten wir ja auch im Kontext des Erinnerungsortes in Neuauwing zusammen, ähm, äh, ich danke euch, äh, sehr, sehr herzlich für eure Teilnahme an der Diskussion, ähm, ich kann noch darauf hinweisen, solange das Endes-Dokumentationszentrum noch geschlossen ist, ähm, folgen noch einige Online-Veranstaltungen, die man auf unserer Webseite findet und danach hoffen wir natürlich alle wieder auch in der Institution begrüßen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Danke.